Musik Moin sinds YouTubes, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Hier leider diesmal kein Gameplay mit dabei, ich kann euch nämlich leider keine weiteren Spezialisten zeigen, sondern nur die, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, kann ich euch mal nennen, was es so alles gibt. Zum Beispiel hier beim Ruin gibt es den Schwerkraftstacheln, die eine Explosionsschockwelle erschaffen, wenn sie in den Boden gerammt werden. Zerstören alle Feiner in direkter Umgebung. Der Skill ist zwar ganz geil, aber ich habe mir gedacht, die anderen sind cooler, ich habe wohl die anderen besser zeigen und hast sie nicht gesehen. Deswegen habe ich den Skill erstmal nicht geskillt und ich habe halt jetzt einfach keine Token mehr, dass ich mir wieder was freischalten könnte. Das wird dann sehr wahrscheinlich nachgereicht, wenn das Endgame dann draußen ist, dann habe ich dann genug Token für alles und dann wird das auf jeden Fall nachgereicht. Dann haben wir beim Outrider haben wir alles gezeigt, beim Prophet fehlt der Sturm, das ist Laden, sieh ein Blitz auf, der Feinde durch einen Stromstoß eliminiert und dann auf andere Feinde in der Nähe überspringt. Das ist ganz cool eigentlich auch, da ist One-Shot-Waffe, dass man zum Beispiel einen Gegner trifft, der fällt um und wenn ein anderer Gegner in diesen Gegner reinläuft, dann stirbt der auch noch damit. Ist auch ganz cool auf jeden Fall. Dann haben wir den nächsten bei Battery, da haben wir wieder beides gezeigt. Bei dem Syrahf haben wir gar nicht gezeigt, das ist auch noch ein Charakter, den wir spielen können. Der hat einmal den Vernichter-Skill drin, das ist einmal schwere Großkaliber-Revolver, der verheerende Kugel mit großer Durchschlagskraft verschießt. Das ist zum Beispiel dann, wenn man einfach nur schießt, dann ist es einfach nur Instant Down der Gegner, das ist einfach alles, was man damit machen kann. Und dann gibt es noch Kampffokus. Bei Aktivierung bringen alle verdienten Punkte einen Bonus-Multiplikator für Punkteserien. Der ist auch ganz geil, wenn man irgendwie auf hohe Punkteserien spielt oder so, dann ist es übelst nice, wenn man dort dann seinen Kampffokus halt hat. Dann gehen wir weiter zum Nomad, da haben wir wieder beides gelöst. Dann haben wir noch den Reaper, da haben wir auch beides gezeigt. Und beim Spectre, da haben wir dann nicht alles gezeigt, sondern den Reaper, nicht, die Armverbesserung, die eine tödliche Klinge für Nahkampfsprünge besitzt. Das ist einfach nur, als ob man ein Kampfmesser hat, also so habe ich es mir erklären lassen, dass man nur ein Kampfmesser hat und damit einfach nur durch die Gegend rusht und andere Leute töten kann. Also nicht gerade die beste Sache. Mal gucken, das gucke ich mir aber auf jeden Fall nochmal an, weil vielleicht ist es auch irgendwie besser, hoffen wir einfach mal. Aber das waren dann alle so Spezialisten, die es so gibt. Können wir mal alle durchschalten. Es sind schon einige, die in der Beta verfügbar sind. Einen haben sie sich freigelassen, hier, den hier. Und dann sage ich aber erstmal wieder, danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Call of Duty Black Ops 3. Ciao, ciao.